Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. So, da sind wir schon wieder. Und ja, ich habe mir gedacht, ach, es ist noch dieselbe Aufnahme, es hieß, ich habe mir gedacht, einen Part machen wir noch. Wir sind ja jetzt gerade mitten im Ende, ich kann das nicht unterbrechen. Also werde ich jetzt entweder, wahrscheinlich hier, ich nehme an, es wird ein längerer Part werden, weil ich mache wirklich dieses End-Battle jetzt durch, bis zu, nehme ich an, Entscheidung. Und dann schauen wir, was für eine Story rauskommt. Und dann mache ich nochmal den Anfang der nächsten Story und dann, schau mal, das wird jetzt alles in diesem einen Part gemacht werden, Leute. Schwert können wir ja keins bauen. Also werden wir uns gleich ins Getümmel stürzen. Hello? Okay, keine Anemies. Weil da schaut es dann schon ein bisschen schlechter aus für die Rebellen, weil das ist in der ersten Teil der Story. Also in der ersten Story-Part. Hello? Okay, keine Gegner, okay. Dunkelheit, nein, das war, nein, das war die Dunkelheit. Okay, ich habe es nochmal auf der Aufnahme gesehen, nice. Okay, Nullpunkte. Ich glaube, ich werde jetzt auch ein bisschen farmen, die, die Lebenspunkte. Oh, okay, hallo. Hey, hey, Truhe. Bernardo checkt for a false compartment. Nope. Nope. Erfolglos. Nope. Hello. Okay, was haben wir da? Also dieses Anhalten der Zeit ist jetzt, ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Warum rennt der denn in den, zum Gegner, ich verstehe, zu seinem explodierenden Kollegah? Keine Ahnung. Hm. Weil es wird auch mit jedem Schritt einfach ein bisschen auch schwieriger mit dem Kämpfen auch. Oh, jetzt sind wir gleich da, okay. Okay, nice. Smashing things are fun. Smashing things are fun. Okay, jetzt sind wir gleich da oben. Ist es nicht gleich die Stelle da, wo wir die Flugzeuge, also die Flieger, also die Boote aufgehalten haben, zum rüberkommen? Da, da zum Beispiel. Wo geht es da hin? Nein, da bin ich das letzte Mal gegangen. Warte, ich gehe wieder zurück. Nein. Ach, fatsch. Okay, die Truhe ist wieder voll. Oh, 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 hallo. Oh, 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 oh. Das war ja mal nett. Dankeschön. Also ja, natürlich ist die voll, weil das ja eigentlich nicht dieselbe Storyline ist. Wenn man es so bedenkt. Weil es gibt ja eigentlich an sich nur... Also ich glaube, wir kommen eh wieder zurück bei dem... Nein, da kommen wir hin. Okay, verstehe. Hello. Lord, ich habe den Sheetan erwischt. Nice. Das war euer Pick. Gut, dass ich den einmal so attackiert habe. Ja, das Dunkelheitsschwert habe ich leider noch nicht. Na, das ist doof. Ah, ich habe zumindest schon von vier, habe ich schon drei Schwerter. Das ist schon mal nicht schlecht. Schönen Abend. Uh, punch. So, machen wir den Kern weg. Und jetzt kommt es ganz um dich. Of course we can. Äh, du meinst noch? Lecker. Wickel. Gib da Shit-Burning. Ah, okay, das ist die Stelle. Da ist dann schon das Ende, okay. Ich weiß nicht, was mir das eigentlich bringt, aber ich will es irgendwie ernst nehmen. Oh, holy moly. Jetzt brauche ich eh nur wenig draufschlagen eigentlich. Come on, nicht fair. Ja, es heilt mich gar nicht. Also, das Schwert muss ich zurück im Moment eines, äh, ein bisschen mein Favorit. Weil das echt cool ist, weil, wenn du ein bisschen in Helfenot bist, aktiviere deine Magie, schlag einfach drauf ein und geht schon. Ja, du musst sie eh schlagen, also meh. Wenn jemand gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit nicht verändert, nur weil du einen Streik von guter Glück gehabt hast. Woop, seine Schmerz hat ihm gesagt, das war falsch, woop. Und er hat immer auf seine Schmerz gehört. Auf der anderen Seite, 128 Chancen zu gewinnen. Aber einer von ihnen, die zerstörte das Universum. Oh, das war ein bisschen ernst. Vielleicht könnte er den Emperor, ohne den Skierrepper zu schlagen. Vielleicht könnte er blöffen, aber mit einer realen Wehung. Wie in Karten, wenn du drei Namen hattest, aber du wirst, dass du eine Fizzbeine hattest. Das könnte funktionieren. Es gab doch ein Schiff mit einer Truhe drauf. Ich warte auf das nächste Mal, wenn man mal was das nächste drauf hat. Okay, was kommt jetzt? Es ist genau dasselbe drauf. Okay, passt. Okay, das nächste Schiff nehme ich dann. Nein, Rinaldo da in die Richtung genommen, okay? What? No, I want that. Okay. Jetzt habe ich ihn. Nice. Ja, da. Hm, vielleicht kann ich wirklich blöffen. Das wäre, glaube ich, das Optimum für ihn, für Rinaldo. Weil 1 zu 128 es ist trotzdem eine Chance da, dass du es kaputt machst, das Universum. Und da muss ich echt zugeben, auch wenn es wirklich, es wird wahrscheinlich, vielleicht hat er Glück und es erschießt sich ab einmal und fertig. Ein sehr cleverer Ingenieur namens Elon Muskrad hat seinen Start mit Flötenplattformen gemacht. Nicht viele Leute wussten das. Alive, besser. Was ist die, du bist nicht weg? Nice. Ich bin drüten. Ich bin drüten. Okay. Kannst du, please? Fuck you. Komm her. Get over. Noch ein Wefens. 3 Reference schon in dem Spiel, also Star Wars, Mortal Kombat war jetzt gerade eben und was war das nächste? Ah, das dritte habe ich vergessen, aber what the heck, uhrgeil! Also das Spiel ist echt, oh das war vielleicht ein bisschen zu früh Das war jetzt eigentlich nicht zu spät Achso, ok Es ist so schwer jetzt den auszuweichen Also man macht so wie ich und ist ein Idiot und springt uhr früh Schauen wir mal, vielleicht treffen wir jetzt den Empire und sagen ihm so Hey hey du Penner Tu das nicht You don't need to know I have big weapon Ich mach dich bum bum ey Mach dich bum bum Ok, also dafür geht es nicht drüber Hallo What the heck is that? Wahrscheinlich dasselbe jetzt nur mit Eis, oder? Nein, Hexenmeister können Gegner verbessern und heilen Oh shit Oh shit Gibt es einen Hexenmeister? Nein Auf dem Jesus John Punch That shit Out of them Alter F*** Alter F*** euch Alter Schwede, okay die sind echt heftig die mit dem Verzauberten Weil ich weiß nicht warum Aber Reh hat nicht Reh hat nicht das Ding geholt Das Shield Ich spame den Hookbutton Also nein Ah nein Warum brauchst du denn ein Shield man Ich brauche keinen Shield Brauchst du ein Shield? Also Also ich brauche das nicht Ich bin nicht Wisch Ich bin nicht So Okay Gut 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 Okay Keine Schüße mehr Jetzt müssen wir schnitt nochmal Wenn man zuerst ein paar Raben tot Ja Dann machen wir dich mal tot Ähm Kabuyi So Das ging doch schon mal besser Leute Ne Och du Heilige Ja Die erste Mal Die Odden sind praktisch nichts Die nur auf Die nur auf wenn ich sie ein paar Mal benutze Nein Aber Das ist nicht wie die Odden funktionieren Du hast nicht in der Klasse Jetzt zurück Ich benutze Oder ich benutze Einmal Er sagte Nein Er fühlt sich sicher Die Odden waren mit ihm Du musst mit seinem Hut Das ist was die Heroes Das machen Fire Er sagte Bitte Skyreffer Nein Nein Die schnitte Ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Einmal Und Ja Krab Okay. Es war das Buch, nicht wahr? Oracles zeigte dir dein Bestand. Aber das... Das zeigte ihm verschiedene Fälle, dass er miserabend sterben konnte. Danke für die ganze Buch, dachte er. Aber diese waren Bestandien, die er nicht zu erfüllen musste. Aber er lernte eine andere richtige Sache. Der Kurs war sehr stark. Aber gefährlich, wenn er nicht richtig benutzt. Übrigens noch ein Warfans, per Anhalter durch die Galaxis heißt die Geschichte 21. Boom. Wir kriegen 5 Feueressenzen und wir haben eine neue Wahrheit aufgedeckt. Neue Wahrheit wurde enthüllt. Der Skyway Parkern ist instabil. Stufe 3 Fähigkeiten freigeschaltet. Nice. Alter Schwede, das ist so cool das Spiel. Ich will wirklich alle Endings haben, ich weiß nicht warum. Aber das ist halt der Urzeitaufwand. Ich glaube, vielleicht werde ich alle aufnehmen. Das wird ein bisschen immer dauern. Vielleicht haben wir die, die wir schon gehabt haben, halt noch so zusammen geschnitten. Ich bin ans Mikro gekommen, entschuldige Leute. So zusammen geschnitten oder sowas, weil das halt dauert schon ewig. Aber wir wissen zumindest mal, die Wahrheit ist mal, Lapino ist ein Verräter. Das wissen wir schon. Und dass der Skyway Parkern instabil ist. Das heißt, wir werden... Das nehme ich an als der Imperator. Und das ist nämlich an die Katze. Also die... Irgendwas. Keine Ahnung. Hab sie wieder vergessen. So. Ich frage mich nur... Jetzt geht's mal wieder... Jetzt machen wir den Start.de weiter. Wieso? 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 Wieso war das? Wieso? Und mit dem... Die Bibelze wirst wieder einmal nach dem Beginn, und... Die Kloge zerstörten über die Isle von Boreas. Ich verstehe. Wieso? Die Rebellion war in Schweden. Die Ravens schreiber für die secreten Rebellen. Sie brauchten einen Spielwander. Kieße des Skyripperes wurden aufgerollt. Renata wusste, dass es zu benutzen könnte, zu kathastrophisch falsch gehen. Aber er war sicher, dass er sicherlich konnte, wie es sicherlich nutzen konnte. Auch ein Tempel aus dem wunderschönen Desert. Der König hat die Skyripper-Pieße aus dem wunderschönen Ritualen gebracht. Könnte das sein, wo die Iblis-Stone geflogen wurde? Wer hätte es besser bekommen, bevor er es macht, dachte Renata. Und auch... Sein alten Freund, Lupino, brauchte die Rebellion. Natürlich. Renata hatte eine ziemlich starke Suspension, dass Lupino die Rebellion betrachtet. Aber könnte Renata wirklich einen alten Freund für die Ravens? Ja, kann ich. Eindeutig. Gut, wir werden das jetzt immer so schlickerlweise machen. Also jetzt, dieses Mal gehen wir in den Tempel. Ah, er war ein wunderschönen Desert. Niemand ging da, außer Ostriche und Ostriche-Hunter. Die Iblis-Stone. Sie klingt ominös. Sie klingt körperlich. Wenn der König für ihn suchte, muss es gefährlich sein. Und so ging Renata um Ostriche-Hunter. Das Spiel macht so Spaß, Leute. Ernsthaft. Ich hoffe, euch gefällt das auch so wie bei mir. Es ist so cool irgendwie. Jetzt haben wir das Universum zerstört. Vorher sind wir verraten worden und gestorben. Dann haben wir... lange geblieben in einem gebliebenen Tempel. Ein anderes älteres Atem, das nur jetzt resurfacing war. Draht aus den Diefen, durch die verrückte Rituale des Emperores. Hm. I don't know. Ach. Also ernsthaft, Leute. Ich muss jetzt mal kurz unterbrechen. Das Spiel taugt mir echt. Wirklich. Ich hoffe wirklich, ihr habt es auch so Spaß daran. Aber ich werde jetzt hier wirklich einen Schnitt setzen. Weil bei mir es zeitlich sich jetzt nicht mehr ausgeht. Weil ich jetzt dann noch ein paar Sachen machen muss. Und dann bald weg. Arbeit und so. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns alle beim nächsten Part wieder. Wenn wir dann diese Ruinen erforschen gemeinsam. Und schauen, wie es dann weitergeht. Welches Ending wir dann uns holen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns, meine Freunde. And I see y'all.